willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsen und ich habe mich gerade so ein bisschen mal wieder so bei den clans hier umgeschaut so es gibt ich weiß auch nicht manchmal gucke ich einfach nur was sie so für namen haben und das ist jetzt mal direkt auf search clans geklickt also suche suche einen clan und finde ich schon so manche sind schon ziemlich für sich gewählt muss ich mal so sagen die wula was was sind wula kann das jemand erklärt was sind wula strategie noobs gibt es nun ohne ende hier noobs ultra instinkt spiel und spaß spiel und spaß ja das haben wir hoffentlich ich ja im moment so so mal gar nicht aber kommen wir gleich mal zu süddeutsche okay läuft bei uns sehr cool läuft bei uns freitag klein die spiele freitags okay da ist dann auch den rest der woche nichts los oder was keine ahnung treu und aktiv wo den so was oder ins fresse junge 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 harte namen hier die unbekannten ok und aber kein clan den den ich jetzt unbedingt schon mal besucht oder gekannt habe mit dem rathaus 9 zeige ich euch die tage habe ich noch immer noch kein clan gefunden da bin ich mir sehr 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 und eins wo ich den reingehe wo es sich auch lohnt wo ich auch gebraucht werde und wo dann auch ein bisschen was los ist muss ich sagen vielleicht bei gemüsebrühe clan level 2 24 von 50 oder oder die wassertröpfchen aber gucken muss ich mal sehen aber ihr habt im bild gesehen ich bin so ein bisschen abgenervt muss ich sagen weil ich gewisse events nicht so nicht ganz so gerne spiele das kennt ihr sicherlich auch und das betrifft die vor allen dingen pass das ist eigentlich ganz traurig dass ich nicht mal schaffe acht mal hier ein stern mit diesen riesen zu holen das ist mir das ist für mich irgendwie das sind so dinge die mache ich auch nicht gerne im nachtdorf aber sie müssen gemacht werden damit die 200 punkte in pass reinkommen und ich muss immer nur ein stern in acht mal welsus bettels machen und was noch dazu kommt was er sehr schick ist ist hier die gesamtzerstörung noch noch mal 1000 wir mussten gerade schon im pass 1000 machen jetzt muss man noch mal 1000 machen da ist aber egal wie wir die machen da können wir natürlich alle truppen nutzen und nicht nur die riesen allerdings will man ja immer irgendwie so viele fliegen mit einer klatsche fangen und ihr seht das hier unten ich habe mal wieder die armee benutzt gehabt und habe damit sogar eben gewonnen nur das heißt also die 41 prozent haben mal gezählt hurra wenn ich immer so ein 40 bis 50 prozent mache dann bräuch schon für diese 1000 prozent zerstörung unheimlich lange und wenn ich dann ja noch nicht mal hier mit 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 den riesen ihr seht dass sie ich kann das nicht wirklich verloren verloren oh hier habe ich mal gewonnen mit mit den riesen aber dann hier auch wieder verloren verloren ich verliere im moment ohne ende pokale nur wegen diesen armeen die ich hier nicht richtig spielen kann das ärgert mich auch ein bisschen jetzt kann ich nun schon wieder umstellen mit barbaren geht geht das gar nicht gegen neuner denn die die bleiben immer vom vom lava launcher stecken also nehmen wir die hier ich habe mich jetzt irgendwie so ein bisschen auf die auf die pack ist eingeschossen hier dass wir mit denen so ein bisschen was machen können und allerdings nehmen wir mal 33 kanonen noch dahinter und nehmen den kurzen weg zum rathaus das ist das so ein ähnliches rathaus wie ich auch habe also nehmen wir hier mal vier riesen rein und auch vier pk mehr hat mehr habe ich ja schon gar nicht und dann müssen die erst mal mal her spielen und so weiter okay der eine wird zurückgeschleudert das ist gar nicht mal so schlecht dann nehmen wir mal hier die kanonen mit rein und wenn der lava launcher jetzt gleich schießt oder oder war der im ausbau weiß ich gar nicht war der im ausbau konnte ich jetzt gar nicht sehen aber der schießt gar nicht ne dann habe ich vielleicht doch mal glück dass es hier so ein stern wird oder 29 prozent also prozent sind natürlich jenseits von gut und böse und jetzt sind die peckers hier unten schon wieder von der klanburg abgelenkt und wir schaffen wahrscheinlich nicht mal den einstellen oder wir schaffen ihn aber ich habe die sie sind endlich durch das ist wirklich das ist wirklich hart ganz hartes brot für mich und ganz harte kost vor allen dingen diese sachen hier mit mit truppen zu spielen die ich eigentlich überhaupt nicht spiele also die ich auch nicht wirklich spielen kann aber ich gewinne sogar okay vor für effekt aber auch wieder nur 60 prozent okay dann aber habe ich das wenigstens fertig denn die nächsten spiele fangen jetzt in elf stunden an das heißt also das wird dann am mittwoch morgen so sein und aber auch hier habe ich jetzt ich weiß auch nicht welche welche dunkle truppe ich im anderen dorf nehmen soll also dieses hier ist mir schon raus muss ich sagen da kann ich das mit anderen truppen besser pass auf auch wenn auch wenn so manche bases gar nicht danach aussehen kann man die ganz gut eigentlich nach wie vor ist das eigentlich so ein bisschen so der zwei sterne nicht immer aber immer öfter also zumindest öfter als mit den anderen dingen und wir können hier schon mal den einbogen schützen tun so ein bisschen ablenken würde ich sagen ich gehe auch immer gerne gegen 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 die tonne dann das auch nicht schlimm so der hat auch gar keine luftfalle hier das natürlich super dann können wir hier ein bisschen weiter gehen da unten die hütte muss jetzt allerdings kaputt gehen meine kampfmaschine tankt immer noch hier die tankt auch alles also die habe ich jetzt nicht nur gesetzt weil sie dann den bogenschützenturm tankt sondern auch alle anderen sachen die aus dem ballon kommen da kommen ja skellys raus und aber ihr seht das schon das geht irgendwie ein bisschen geschmeidiger vor allem wenn man nur ein stern braucht für den tagesstern wenn nur ein stern brauchen hier für den tagesstern den her jetzt allerdings schon habe aber auch hier werden es wieder nur so 41 42 prozent gucken wir mal vielleicht geht da noch ein bisschen was hier dass das lager noch und keine luftunterstützung mehr nur noch der ballon und er wird alle das sind sogar noch 28 das sind die beiden ballons sie ich jetzt zur ecke gesetzt hatte in der hoffnung dass da die luftmine rauf geht so wie sie es jetzt eigentlich macht aber das werden auch wieder keine okay es werden halt keine zwei sterne man kann auch anders vorgehen ich bin ja sehr ungeduldig im nachtdorf alles soll schnell gemacht sein und dann ist gut hier also wieder nur 43 prozent dazu zu dem event hier dann läppert sich das auch und dann dauert das auch dabei drei tage für das ist auch traurig wie macht ihr das sagt ihr euch kommt ich mache das ganz schnell weg dann muss ich da nicht mehr daran denken und macht das jetzt wirklich am stück denn das kannst du hier machen armee ist immer fertig und so kannst du deine 1000 prozent einfach zack einmal durchrauschen hier egal was die pokale sagen ist mir auch eigentlich egal also ist ein bisschen schwierig ein bisschen einfacher gestaltet sich das hier in dem dorf ich kann mich im moment gar nicht entscheiden was ich hier baue ich habe jetzt schon die sneaky goblins gehabt die kann ich jetzt wieder nehmen eine woche ist ja um oder zwei wochen sind ja sogar schon um eine woche ist um glaube ich eine woche oder zwei wochen dann kam es update müsste ich mal nachgucken ich würde jetzt gerne wallbreaker nehmen denn die riesen ich weiß nicht die riesen sind glaube ich nicht so die attraktivste truppe hier was die super truppen angeht deswegen würde ich sagen wir nehmen die fassbrecher hier try ach so die kann man ja erstmal ausprobieren und dann nehme ich die auch ja dann kann ich sie auch verspenden ich werde meine den in unsere kleineren clans gucken dafür vielleicht muss da der ein oder andere noch was tun aber wir müssen hier reichlich tun ich konnte jetzt gerade noch so ein bogenschützenturm anstarten die tage und habe jetzt noch zwei stück davon zu machen und natürlich dann die anderen sachen die ich mit meinen rathaus 11 und zwölfern sowieso mache das heißt also die minen und sammler das mache ich natürlich mit dem auch in der waren voraussicht dass es ja irgendwann mal ein rathaus 14 geben wird und dann haben wir zumindest alles hohes muss ja sowieso ich sage immer wenn jemand wenn jemand fragt er tut was level ich als erstes dann setzt man natürlich irgendwo seine seine prioritäten aber letztendlich unterm strich muss immer alles hoch was er nicht so bei jedem der fall ist denn der eine oder andere hat halt gar keinen bock minen und sammler zu machen oder sieht es auch nicht ein dass er die infernos als erstes hoch macht weil es eine defensive ist die jetzt lange dauert und lange bauzeit hat aber ich glaube da ist auch jeder anders ich gehe auch immer anders vor und suche jetzt mal einen netten gegner der auch ein bisschen brauchen kann so wenig ressourcen haben das geht eigentlich gar nicht das geht eigentlich gar nicht ich mache mal kurz im cut und dann sehen wir uns gleich wieder oder sieht ganz schick aus der sieht ganz schick aus hier schöne kompakte base für die sagen den greifen wir mal an und ich habe im moment ja auch nach wie vor so dass das immer so hier am start was ich auch in den klaren kriegen benutze nicht immer aber immer öfter ok klaren burg ist im ausbau dann würde ich sagen wir gehen trotzdem mal von damit rein vielleicht hat er da ja was drin sie kann ja ruhig im ausbau sein und trotzdem kann sie ja befüllt sein okay da ist aber noch nichts ich habe jetzt noch die normalen mauerbrecher da die change ja erstmal nicht die kann ich jetzt halt sieben tage nicht bauen das macht aber nichts ich würde ganz gerne tatsächlich die fassroller die fassroller so ein bisschen bemühen wir gehen hier mal mit dem rein mit dem rein o toto bisschen schneller sein hier da müssen wir ein bisschen fixer sein okay dann machen wir uns hier mal ein bisschen was öff und unsere mauerbrecher könnten die der war gut könnte man sagen das war ein mauerbrecher fehl bin mir nicht ganz sicher könnte man das sagen dass das mauerbrecher fehl war und auch und auch ich glaube der war auch irgendwie fehl gerade okay aber wir brauchen ja wir brauchen nie das rathaus wir brauchen ja immer die ressourcen die darum rumstehen und deswegen nehmen wir immer so ein bisschen was in fries rein hier wo ist unser king der ist dort okay und wir haben noch mal jetzt jetzt kommt da deine mitte tolle wurst geht auch der king rum okay frosten wir hier noch mal dann kriegen wir ja okay das rathaus doch alles klar dann kriegen das rathaus doch können wir hier nochmal ein bisschen mit denen dass die hier mitgehen und unsere gladiatorin ist noch am start super das schon mal nicht schlecht aber die wird jetzt gleich auch jetzt kriegt zu feuer okay dann wollen wir die mal schnell abziehen hier und es lebt immer noch der adler okay jetzt sagen ich mache den adler zum schluss ich mache den adler wahrscheinlich zum schluss so mal gucken ob die da noch auf irgendein lager gehen können aber der bogenschützenturm ist schon ein bisschen stark und meine maiz hier die sind noch am sind noch dabei hier die kleinen yeti maiz also die mini yetis und die machen das noch ganz gut sind noch in der wortenaure aber auch da ist glaube ich jetzt der letzte weg der das streukatapult hier ist doch ein bisschen arg stark und wir kriegen noch etwas dunkles aber immerhin zwei sterne geschafft da bin ich schon ganz da bin ich schon ganz hoch über das nachtdorf nervt mich doch ein bisschen mehr wir gehen gleich in den ck rein hier und schaffen wir den noch für den erfolg ja den packen wir auch wunderbar gibt ja so ein erfolg mache da ganz viel von und damit habe ich jetzt hier auch das spielchen hier erstmal fertig dann können wir hier nachbauen komplett ach nee kann ich gar nicht kann man jetzt nicht machen weil ich natürlich jetzt keine mauerbrecher habe sondern wir haben jetzt fast roller und die nehme ich jetzt auch mal ein bisschen zum üben kann das ja nicht schaden wir nehmen hier ruhig wieder die mit sieben stück ein davon 1234 davon was hatte ich noch immer so am start zwei da und ich glaube dann habe ich immer so ein bisschen diese spender truppe dabei zum spenden unternehmen und eisigen mit kommt mir immer ein eisigen mit es gibt ja auch so ein google event hier aber das es gibt hier es gibt das google event ich weiß und ich hatte die tage auch mal gesagt der google wird immer also der normale google wird wirklich wenig genommen in den hohen rato stufen da sieht man den äußerst selten in den ck angriffen vor allen dingen und da müsste ich zwei machen und vier mal eis cool das sind events okay es gibt ep es gibt die beiden tränke das wären jetzt bei mir 20 gems und die mauringe könnte ich auch sicherlich ganz gut gebrauchen da bin ich mir noch bin ich auch da bin ich mir sehr sehr uneinig was wir eigentlich machen wir fordern hier einfach mal wieder an bodentruppen wut noch drei sterne sammeln und ich bin schon wieder ein bisschen zu hoch in der liga nämlich in auf wir sind jetzt schon zweiten zwei ok da wollte ich gar nicht rein da wollte ich doch gar nicht rein naja egal dann belassen wir es dabei andere an die aus augsburg will mich verbessern das will ich auch immer wieder stetig vor allen dingen hier unten aber da mache ich heute auch nichts mehr mit euch ihr habt ja gesehen ich bin hier durch und aber hier bin ich noch lange nicht durch ich hoffe das ganze hat euch trotzdem gefallen schreibt mir ruhig in die kommentare was euch so an clash of clans so abnervt also sind es auch solche nerve events hier die man natürlich gerne macht ja ich weiß ich brauche ich bräuchte die nachdorf ruhe nicht mehr ich noch eine aus dem pass und diese hier aber die bringt immerhin 50 gems und eigentlich kann man sie nicht leichter verdienen als hier mit zum event mal eben 50 gems noch mit noch noch mit rein nehmen hier unten die habe ich mir auch alle abgeholt das waren jetzt 50 das sind 100 gems da unten 120 110 120 130 140 gems waren das das auch nicht schlecht und einfach mal so dann wundert man sich auch nicht dass ich mal wieder so richtung 20.000 gems gehe wenn du natürlich irgendwo in diesen rathausstufen hier nicht mehr unbedingt jetzt die ganzen inga brauche ich meine okay ich könnte jetzt natürlich hier noch die tränke nehmen problem ist wenn ich die nehme ich sehe zwei bauarbeitertränke habe ich schon mal gar nicht wenn ich die nehme dann muss ich hier auch extremst farmen das mache ich eigentlich nicht so mit dem ich muss jetzt erstmal wieder ein paar pokale droppen mit dem glaube ich und ich bin aber ganz froh dass wir hier im pass ein bisschen weiter gekommen sind dunkle truppen noch machen und wir haben hier endlich den bilder boost da seht ihr dass ich die hier auch noch auch noch bekomme und ich habe noch eine ja das wären dann also 100 gems drauf bald ist es soweit dann haben wir den worten aber bis es soweit ist werden noch ein paar video folgen 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 ok das ganz gefallen hat dann einfach ein daumen nach oben da lassen verfolgen und bloggestellen bzw abonnieren dann verpasst auch kein video mehr von mir und ich würde sagen wir sehen uns dann in den live streams und natürlich in weiteren folgen bis dahin leute vielen dank euer toto fest